Ey, bist du nicht dieser DJ? Nee, ich bin Brad Pitt. Hey, shit! Sein Glied wird nicht mehr steil. Mein Glied steht wieder eins! Willst du kurz ist, um runter zu hängen? Meine Eier klemmen fest. Wenn sie reingehen, gehen sie auch irgendwie wieder raus. Klassentreffen, der neue Film von Til Schweiger. Wieso sitzt du auf dem Schwimmring? Wer hat den Urin? Was ist das? Das ist Sportverletzung. Im Kino.